Die anderen sollen einfach machen, was sie wollen. Was für Gedanken tauscht ihr zwei dann untereinander aus? Nur Blicke, die reichen. Habt ihr auch manchmal Schwierigkeiten mit den Kollegen? Herzlich willkommen bei Streitkultur. Marvin und ich, wir schauen uns heute wieder ein Video an, ein Interview. In diesem Fall sind es sogar zwei Leute, eher ungewöhnlich. Dominik und Danny, getroffen in Bayreuth. Und wir gucken einfach direkt rein. Ich bin der Dominik. Ich bin der Danny. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin 31. Streitet ihr manchmal miteinander? Nein. Nee. Nee. Wir sind Kitt und Cut. Also wir tauschen uns gegenseitig aus, wenn uns was nicht passt. Genau. Und, ja. Witzig, wie sie sich erst mal kurz angeguckt haben, so, ob sie wirklich nicht miteinander streiten, bevor sie beide dann gesagt haben, nee, wir streiten nicht miteinander. Dann ist es ja auch so, dass sie gar nicht so gar nicht miteinander streiten. Und sie haben dann gesagt, wenn ihnen was nicht passt, dann tauschen sie sich aus. Und genau das kann ja sehr wohl ein Konflikt sein. Weil oftmals verschwimmt ja auch immer so das, was ist jetzt Streit, was Konflikt. Eigentlich ist beides das Gleiche. Nur Streit ist halt ein bisschen negativer konnotierte. Aber auch der Austausch, wenn einem was nicht passt, ist ja schon ein Konflikt. Deswegen tun sie es sehr wohl. Dazu, was wir auf diesem Kanal unter Konflikt- oder Streitsituationen verstehen, könnt ihr gerne auch mal in unsere anderen Videos reinschauen. Hattet ihr schon mal eine Situation, in der gemeinsam euch das Gleiche nicht gepasst hat? Ständig. Fast täglich. Und hier wiederum sind sie sich jetzt völlig einig, ohne sich vorher angeschaut zu haben. Und sie lachen auch beide. Mir erscheint es so, als wüssten sie sofort beide, an was für Situationen sie denken. Wir arbeiten im Endeffekt für fünf Leute mit. Also vorher auch. War zum Beispiel, ich musste Taschen sichern. Ich musste im Endeffekt für drei Leute arbeiten. Und ja, hab das jetzt auch mit meinem Manager besprochen, dass das so nicht geht. Und wir sollen uns halt da selber den Druck nicht machen. Wir sollen einfach unser Tempo machen, wie wir es gewohnt sind. Und die anderen sollen einfach machen, was sie wollen, sozusagen. Wird es für dich klar, was die machen? Oder was da dann genau das Problem ist? Also was sie jetzt genau machen, weiß ich nicht. Haben sie dir auch, glaube ich, nicht erzählt, meintest du? Aber so ein Bereich Lageristen oder so, würde ich jetzt schätzen. Ja, irgendwie so meine ich mich zu erinnern. Hier sprechen sie jetzt von Taschensichern. Aber der Konflikt ist ja auf jeden Fall, dass die beiden einfach mehr Arbeit machen als die anderen. Und sie das Gefühl haben, dass sie für die anderen mitarbeiten. Dass sie eigentlich deren Arbeitsleistung auch noch mittragen. Und da war es dann von Anfang an sehr interessant, dass halt versucht wurde, der Konflikt durch das Einbeziehen einer höheren Ebene versucht wurde zu bewältigen. Also des Managers. Genau, in dem dem Chef Bescheid gesagt wurde. Und das dann halt auch, zumindest von Dannys Seite aus, die Ansicht des Managers irgendwie total schon als, okay, das machen wir jetzt angenommen wurde. Und dann war es für Danny, hatte ich jetzt den Eindruck, auch erst mal gegessen. Gleichzeitig so mit dem, ja, die anderen sollen halt machen, was sie wollen. So richtig zufrieden klingt ja damit dann eigentlich auch nicht. Also zumindest eine Spannung zwischen den verschiedenen Kollegen ist noch zu erkennen. Wie fühlt sich das an, wenn man das Gefühl hat, die anderen machen gerade weniger als die sollten? Ja, auf jeden Fall schlecht. Ja, da fällt es Dominik auch gar nicht so leicht, irgendwie jetzt ein Gefühl zu benennen. Er sagt dann einfach erst mal, was glaube ich viele von uns tun, wenn man sie fragt, wie geht es dir oder wie hat sich das angefühlt? Und schlecht ist nicht so richtig ein Gefühl, aber wenn einem gerade ein konkreterer Begriff fehlt, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, erst mal so eine Grundstimmung zu beschreiben. Genau, aber man sollte dann auf jeden Fall auch in sich reinfühlen, weil es halt einen Unterschied macht. Bist du jetzt empört oder bist du zum Beispiel traurig? Beides sind natürlich auch schlechte Gefühle. Aber bei dem einen spielen andere Bedürfnisse beispielsweise eine Rolle als bei dem anderen. Und man muss halt auch die Situation dann vielleicht anders klären. Was für Gedanken tauscht ihr zwei dann untereinander aus? Nur Blicke, die räuchten. Und dann euer Ventil für das Ganze ist dann untereinander Blicke austauschen. Aber irgendwie zur offenen Auseinandersetzung mit den anderen, kommt es da auch manchmal? Nein, also Ventil, ich denke mal die Pause. Kaffee trinken, ein wenig runterfahren, eine Rauchung und dann. Also auch blöd gesagt, wenn wir gerade eine angespannte Stimmung haben, dann ist glaube ich jeder für sich. Dann, er macht jetzt dann komplett was anderes. Ich mache meine Sache. Was die anderen machen, interessiert uns dann gerade nicht. Okay, also die Strategie bisher ist dann eher den ganzen aus dem Weg gehen, das vermeiden. Jeder macht sein Ding, so wie er dann jetzt hier vielleicht eher zumindest den Eindruck hatte, dass fast auch die Anweisung von oben vom Manager ist. Macht einfach euer Ding und was die anderen machen, ist egal. Ist ja immer noch eine gewisse Unzufriedenheit mit der Situation, die bei den beiden da besteht. So, dass wir quasi für uns ein bisschen sind. Ja. Fühlt sich das immer nach dem richtigen Weg an, da dem quasi dann aus dem Weg zu gehen? Nein. Also für mich schon. Weil ich das gelernt habe, dass der harte Weg der richtige ist. Der bessere Weg, um weiter zu wachsen. Anstatt auszuweichen und sich andere Wege, leichtere Wege zu suchen. Das ist jetzt auch ein super Moment, um mal zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen auch Konflikte oder den Umgang mit Konflikten wahrnehmen können. Jetzt, Danny war der Meinung, hier das, was die jetzt machen, damit fährt er gut. Damit ist er vielleicht im Leben auch immer gut gefahren und so sollte er es beibehalten. Und das ist ja eine vermeidende Art, die Konflikte zu führen, zumindest in diesem Bereich. Und auch in der Konfliktsychologie sprechen wir von vier verschiedenen oder fünf verschiedenen, je nachdem, wie man es aufzählt, Konfliktstilen. Da gibt es zum Beispiel den vermeidenden Konfliktstil, aber auch den dominierenden Konfliktstil beispielsweise oder den kompromissbereiten Konfliktstil. Und für Dominik ist es dann, ja okay, da können wir auch mal so als Kleiner einschließen, vielleicht auch mal ein Video drüber machen. Ja, wenn ihr wollt, dass Marvin das mal erklärt, dann lasst einen Kommentar da. Genau. Aber um nochmal zurück zu Dominik zu kommen, er merkte zumindest, dass er nicht immer weiterkommt mit dem vermeidenden Konfliktstil und er sucht vielleicht auch mal eine andere Form, wie man mit dem Konflikt umgeht. Und beides ist vollkommen valide. Es gibt aber sehr wohl wissenschaftliche Studien dazu, dass man sehen kann, dass Konfliktstile auch damit zusammenhängen, wie zufrieden man zum Beispiel oder wie leicht man zu einer Konfliktwesung kommt. Da gibt es also auch dann doch ein bisschen gut und schlecht. Was glaubt ihr, wie fühlt sich das für die anderen an, wenn ihr die zwei Leistungsträger seid? Also ich denke schon irgendwo schlecht oder belastend. Also nicht. Hier auch sofort auffallend, dass er sein eigenes Motiv sozusagen, was in der Arbeit wichtig ist, auf die anderen drauf projiziert. Weil er sagt jetzt, okay, die fühlen sich schlecht, weil sie nicht so viel leisten. Und die sehen ja, es gibt einen anderen Leistungsträger, der mehr macht. Aber vielleicht sind die ja gar nicht so. Vielleicht ist das denen absolut egal, wie die in der Arbeit performen, ob die jetzt schneller sind oder langsamer. Da muss man dann aufpassen. Das ist eine Falle, in die fällt man sehr leicht, dass man halt immer versucht, die eigenen Werte, Normen, Motive auf die anderen zu projizieren. Wir sind alle verschieden. Okay, da sagt er es dann. Ja, okay, dann erkennt Dominik jetzt hier aber dann doch auch an, so, okay, jede Person hat ihre eigene Perspektive und ich kann auch nicht so genau sagen, was die anderen da jetzt denken oder fühlen würden, weil die eben verschieden sind zu mir. Ich entschuldige mich, Dominik. Ich habe es nicht so gemeint. Wobei das miteinander eigentlich, also wir reden ganz normal miteinander, wir machen auch Spaß miteinander. Also diese Ausgrenzung oder so gibt es ja im Endeffekt eigentlich gar nicht oder Mobbing oder keine Ahnung, irgendwas. Für eine Konfliktlösung ja erstmal eine super Basis, sodass das Team offenbar zumindest so gut funktioniert, dass auch die als gesamtes Team Späße machen können und nicht nur die zwei untereinander, dass da vielleicht zumindest so viel Grundlage ist, dass man diesen Konflikt auch mal im Team ansprechen könnte. Kann aber auch bedeuten, dass sich die anderen vielleicht gar nicht darüber im Klaren sind, dass es da überhaupt Konfliktpotenzial gibt. Vielleicht denken sie auch, alles super. Gut, die sind vielleicht schneller am Arbeiten, aber das seit deren Verhalten. Die freuen das so. Ja, aber es reicht ja vielleicht manchmal auch so was Gefühltes von, welche Gründe könnten die anderen dafür haben, dass es ihnen nicht so gelingt wie euch? Könnte auch an uns liegen. Blicke. Na? Auch hier ja wieder, dass Dominik jetzt erstmal die eigene Perspektive quasi auf die anderen überträgt. Natürlichermaßen, er hat nur die. Und dann ja vielleicht auch wieder davon ausgeht, okay, weil mein Standard eben ist oder meine Arbeitsmoral ist so und so zu arbeiten. Und dann fühlen die anderen sich vielleicht schlecht, weil wir eben was anderes zum einen vorleben und weil wir Blicke austauschen, durch die die anderen sich vielleicht dann verurteilt vorkommen könnten. Das ist auch eine sehr wichtige Frage, die man sich stellen muss. Also inwiefern bin ich auch dafür verantwortlich, dass die Fronten verhärten, dass Leute halt irgendwie negativ auf die Arbeit blicken oder auf das Arbeitsklima. Und da können schon so banale Dinge wie Blicke halt sehr wohl einen deutlichen Impact haben. Und dabei muss es ja auch gar nicht darum gehen, jetzt sind die anderen schuld oder bin ich schuld? Es gibt wahrscheinlich sowieso nicht so 100 Prozent da oder 100 Prozent da, sondern es geht eher darum, zumindest mal einmal zu hinterfragen, okay, was ist vielleicht auch mein eigener Anteil daran, dass die Situation so ist, wie sie gerade ist. Oder dass wir eben zu schnell arbeiten, auch dieses, wie du vorhin meintest, wie sich andere fühlen, wie sich die dann fühlen. Diese Frage habe ich mir immer noch im Kopf. Das ist eine gute Frage. Das hast du gut gemacht. Ja, das fand ich wirklich auch im Interview schon spannend, wie man wirklich gespürt hat, dass diese Frage des, wie fühlen sich denn vielleicht die anderen damit, weil Dominik zumindest hier jetzt wirklich so ein Hinterfragen ausgelöst hat und er dann danach doch auch irgendwie nochmal ganz anders auf die Situationen geblickt hat. Interessant, wie mächtig dann so eine einzelne Frage manchmal sein kann. Also, dass eure Blicke dafür sorgen könnten, dass die anderen dann noch langsamer werden? Es ist schlechter fühlen und dadurch noch langsamer arbeiten. Was meint ihr, wie geht ihr jetzt, wie geht ihr in die nächsten Arbeitstage? Und ich gehe immer konstant. Ich glaube, mit mehr Empathie. Auch da haben wir es nochmal, ne? Unterschiedliche Herangehensweisen. Auch das erstmal völlig legitim. Kann auch so sein. Also, für Danny ist das anscheinend auch sowieso ja mit dem Gespräch mit dem Manager schon relativ gegessen. So, er weiß, was er machen muss. Das regt ihm vielleicht auch gar nicht mehr so sehr auf. Vielleicht ist es auch manchmal cool, so Blicke zuzuwerfen, so von wegen, dass man halt auch ein Gefühl hat, man leistet gerade einfach mehr als die anderen Personen und für Dominik ist es dann vielleicht dann doch nochmal tiefer gehen. Vielleicht ist er gar nicht so zufrieden mit dem Status Quo und er will das dann halt auch anders lösen. Mit welchem Motiv? Welchem Ziel? Sich zu festigen als Team. Zusammen zu finden. Mehr Miteinander. Ich meine auch schon, wie Danny so ein bisschen zumacht. So, ich weiß ja nicht. Aber ja. Also, ich fand es in dem, wie ich gerade schon gesagt habe, in dem Interview wirklich spannend, mal zu sehen, was eigentlich unsere kleinen Fragen vielleicht auch so an Reflexion auslösen können. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Dominik als völlig anderer Mensch da rausgegangen ist, aber zumindest für den Moment hat er da irgendwie so ein bisschen nochmal vielleicht andere Perspektiven gewonnen. Und aber auch zu sehen, okay, das muss nicht immer so sein und das ist auch okay, dass das jetzt nicht bei jeder Person irgendwie eine 180-Grad-Wendung hervorruft. Genau. Und was man dadurch auch sehen kann, ist, dass die Intensität eines Konfliktes total subjektiv ist. Also, wenn es für Danny genauso schlimm, in Anführungszeichen, ich glaube jetzt nicht, dass es für Dominik jetzt tragisch ist, aber genauso schlimm wäre wie für Dominik, dann würde er sich vielleicht auch mehr Gedanken machen, wie man zu einem besseren Einsatz kommt, wie man das Problem wirklich lösen kann. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Kollegen. Vielleicht wiegt sie den Konflikt überhaupt nicht. Vielleicht ist es ja für die auch total unbedeutend, vielleicht ist es aber auch gravierender, weil sie sich, so wie Dominik vermutet hat, auch schlecht fühlen, dass sie so wenig leisten und dann aber auch in so eine Spirale kommen. Also, viel ist da offen, viel bleibt zu besprechen bei denen. Aber jetzt interessiert mich auch noch, wie die beiden auf unsere Standardfrage geantwortet haben. Streitigkeiten und Konflikte sind für mich. Also für mich belastend. Mit belastend, ja. Manchmal aber auch, weiß ich. Spassig, interessant. Ich bin mir nicht da den Kopf schüttelt. Ja, und oh Gott, hat er auch noch gesagt. Ja, aber das bringt es nochmal gut auf den Punkt bei den beiden, weil, also Dominik hat ja auch am Anfang gesagt, er ist eher der vermeidende Typ, aber bei ihm lag es nicht daran, dass er das wirklich so machen möchte und damit zufrieden ist, sondern es lag auch oft daran, dass es wahrscheinlich sehr belastend für ihn ist, in den Konflikt wirklich zu gehen. Aber eigentlich wünscht er sich das, diesen Austausch. Und bei Danny war es so, ja macht ja Spaß, warum soll ich da was ändern? Ja. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr eher so wie Danny und sagt, Konflikte sind cool, macht Spaß, das möchte ich öfters haben? Oder seid ihr so wie Dominik und sagt, sie sind belastend und ich würde die gerne dann doch mal klären, aber ist dann oftmals schwierig? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like da, das hilft uns immer und abonniert natürlich auch den Kanal und setzt eine Glocke ran. Und es gibt es auch auf Instagram, TikTok und X. Bis zum nächsten Mal. Ciao.